Und zwar folgendes, der Unge hat Beef mit Vic. Ich glaube, ich kann einiges dazu sagen und erzählen. Wenn ihr Bock habt, reagiere ich drauf. Es geht 20 Minuten lang, das Video. Und ja, dann schauen wir weiter. Wollte ich gar nichts mehr zu dem Thema sagen. Eigentlich. Leider ist das Ganze in die Öffentlichkeit gezogen worden. Und deswegen werde ich mich jetzt dazu äußern. Einfach nur, um meinen Standpunkt eben auch zu vertreten. Also, was ist genau vorgefallen? Gestern war es, auf Twitter kam es zu einer Diskussion, was ja prinzipiell gut ist. Eine Diskussion, also es gibt ja immer verschiedene Meinungen. Und die sollte man ja auch kundtun. Das ist ja auch absolut kein Problem. Allerdings wurde aus dieser Diskussion, die ein ganz anderes Thema hatte, dann sehr persönliches. Ob ich Madeira vermisst habe? Also ich fand Madeira wirklich schon wirklich sehr, 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 sehr schön. Ist auch sehr ruhig. Dort gibt es keinen Straßenstrich. Dort gibt es keine komischen Ecken. So, also sehr, sehr wenige oder kaum komische Ecken, weil da auch nur Rentner leben und alles. Überwiegend. Oder Menschen, die einfach den Rest ihres Lebens genießen. Deshalb, es war schon wirklich schön. Also Madeira hat mir schon extrem gefallen. Es ging eigentlich darum, ob man in Corona, in der starken Corona-Phase, wirklich jetzt eine Wohnungsbesichtigung machen sollte oder nicht. Naja, das habe ich nicht mal kritisiert, sondern eher die Vorbildfunktion. Dass man das nach außen postet. Da kommen wir gleich zu. Daraus wurde dann aber so eine... Ja, er hat was persönlich gegen mich. Denn dann ist folgendes passiert. Gestern Nacht hat Vic noch einen Twitch-Stream gemacht. Da haben ungefähr so 1000 Leute zugeschaut. Und es ging im Chat und auch in seinem Stream heiß her. Ja, es ging natürlich dann um mich, weil ich ihn kritisiert habe dafür, dass er in Corona-Zeiten herreist. Und ähm... Ja. Ich habe mir den Stream runtergeladen und habe mir ihn gespeichert. Ähm... Ich werde aber jetzt den Stream aus... Äh... Urheberrechtsgründen nicht einfügen, weil Vic hat ihn gelöscht. Dann soll er auch gelöscht bleiben. Ist okay. Ähm... Ich habe ihn allerdings komplett gesehen und ich habe ihn auch runtergeladen. Also wenn irgendwelche... Ähm... Wann ich wieder Beef habe... Ich warte, ich warte. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder Beef habe. Aber ich hätte schon Bock, mit Canjavi oder JamTV Beef zu haben. Vic hat einen Tweet gemacht. Und zwar... Ähm... Also ich habe erstmal auf etwas geantwortet. Das müsste man hier erstmal so sehen. Ich habe mich bisher immer komplett da rausgehalten. Nun muss ich etwas dazu sagen. Die Corona-Zahlen in Portugal sind aktuell so schlimm wie noch nie zuvor. Wir stecken in der schlimmsten Krise... Wir stecken in der schlimmsten Krise der Nachkriegszeiten. Ähm... Dass ich mich rausgehalten habe und das dann kritisiert habe. Aber der Tweet ist halt gelöscht worden. Also Vic hat seinen Tweet gelöscht. Ähm... Aber hier sind nochmal die Tweets dann, damit man es verstehen kann. Okay. Also für Wohnungsbesichtigung konnte ich nicht nach Madeira fliegen. Also bin ich trotzdem nach Madeira geflogen, hat er getweetet. Ist ja in Ordnung. Ähm... Hier hat er noch auf Instagram geschrieben. Fox the System von Schein Madeira. Das ist ja jetzt hier. Das ist doch super schön. Also Madeira ist super schön. Ich kann nur jedem empfehlen, herzukommen. Nur vielleicht nicht in der Corona-Zeit. Aber ist ja auch okay. Jeder soll das machen, was er möchte. Es gibt ja dafür Gesetze und Regeln. Und Vic hat sich an alle Gesetze und Regeln gehalten. Deswegen... Ja, aber guck mal. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum Unge den Vic kritisiert. Weil er während der Corona-Zeit dahin geflogen ist. Guck mal. Er sagt ja Vorbildsfunktion. Aber es ist ja erlaubt. Du kannst ja nicht etwas Erlaubtes kritisieren. So. Versteht ihr, was ich meine? Verstehe echt nicht, warum er sich darüber aufregt. Also ich glaube wirklich, er hat was gegen Vic. So. Sonst hätte er das nicht gemacht. Bin ich auch der Letzte, der sagt, darfst das nicht. Oder das geht gar nicht. Oder so sagen. Ich sage, wie man auch sehen kann. Ich habe mich bis jetzt da rausgehalten. Die Corona-Zahlen in Portugal sind aktuell so schlimm wie noch nie zuvor. Wir stecken in der schlimmsten Krise der Nachkriegszeit. Und es ist absolut kein gutes Zeichen nach außen. Bin enttäuscht. Das ist das, was ich sage. Ich sage, hey, so einen Tweet zu machen in der Corona-Pandemie ist einfach kein gutes Zeichen nach außen. Das ist eine ähnliche Schiene wie diese ganzen Influencer, die gerade in Dubai Urlaub machen. Und so weiter und so fort. Auch wenn ich verstehe, Vic macht keinen Urlaub. Vic sucht eine Wohnung. Schön und gut. Ja, aber guck mal. Du darfst ja reisen. Also es ist ja nicht verboten. Er kann ja reisen. Und der Tweet ist ja, das ist ja Spaß. Es ist ja nur Spaß, ne, der Tweet. Ähm. Es ist trotzdem kein gutes Zeichen nach außen. Weil das hier ist einfach kein gutes Zeichen nach außen. Mehr habe ich nicht gesagt. So, ne. Ich bin ein Tor. Abgesehen davon, die jungen Zuschauer können doch sowieso nicht reisen, die unter 18 sind. Die haben doch alle Schule und so. Was ist das jetzt? Ja, das ist es auch. Er will ihn einfach nicht auf der Insel haben. Das ist einfach... Genau, du hast es auf den Punkt gebracht, Blackstar. Er hat einfach keinen Bock auf ihn, weil er ihn nicht mag. So. Und da ist etwas vorgefallen. Und dazu kommen wir gleich. Enttäuscht, dass sowas öffentlich gepostet wird und damit den Leuten so gezeigt wird. Hey, es ist doch gar nicht schlimm. Ihr könnt doch alle... Nein. Unge, geht es nicht um die Moral. Stimmt nicht. Er macht das extra. Guck mal. Das sind doch diese Filme. Guck mal. Wenn er das jetzt macht, ne. Dann kommt er... Weil er weiß, was bei den Leuten zieht. Er macht das, was bei den Menschen zieht. So. Und das zieht halt. So. Die Leute sagen, ja, du hast recht. Wie kann er bloß? Etc. Bla, bla, bla. So. Ihnen interessiert das letztendlich nicht, ob Vic dahin geflogen ist oder nicht. Vor allem, was ändert jetzt daran? Guck mal, die Grenzen sind auf. Wenn jetzt der Vic dahin fliegt, ne. So. Ich weiß nicht, ob man einen Corona-Test braucht. Aber jedes Land ist ja selbst für sich verantwortlich. Ob sie die Leute einreisen lassen. Ob sie Corona-Tests anfordern. Ob die negativ sein müssen. Ob es Quarantäne gibt. Etc. Alles drum und dran. So. Und wenn das Land das nicht gemacht hat, dann kannst du ja nichts dafür. Letztendlich. Ja. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, könnt ihr auch alle bla, bla, bla. Da und da hin. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so ein bisschen, es ist einfach kein gutes Zeichner aus. Meiner Meinung nach. Es ist einfach eine Kritik, die ich formuliert habe, weil ich. Nein. Ich falle Unge nicht in den Rücken. Spinnst du? Ist das meine Meinung dazu? Ich dahinter stehe. Und warum auch noch? Weil ich werde mit Madeira in Verbindung gebracht. Ja. Also wenn man an Madeira denkt, denkt man unter anderem auch. Hey. Okay. Da wurde ja der Unge. Ist ja auch schön und gut. Ich habe sonst mit Madeira nichts zu tun. Ich bin ja kein Politiker. Ich habe keine Entscheidungen oder irgendwas. Und das ist doch fein. Wie kann auch gerne hierher kommen. Also ich habe die Information bekommen, dass der Unge den Bürgermeister von Madeira informiert hat. Also der kennt sich, weil Unge lässt ja ziemlich viel Geld auf Madeira. Und er hat jetzt den Bürgermeister da involviert. Und der will dafür sorgen, dass der Alpladi nicht auf Madeira leben darf. Also der Bürgermeister wird dafür sorgen, dass der Alpladi keine Wohnung auf Madeira kriegt. Er kommt auf die schwarze Liste. Er wird, äh, wer ist das? Er wird zur Ausreise gezwungen. Doch, doch. Hier. Schreibt es auch einer in den Chat. Kann jemand den Link davon reinschicken, dass Unge den Bürgermeister informiert hat? Unge Kolumbus von heute. Er hat Madeira entdeckt. Also er kann auch gerne für immer hier leben. Das ist doch alles super. Nur, darf ich doch, ähm, mich öffentlich dazu äußern, dass ich das für kein gutes Zeichen halte in der Corona-Pandemie. So. Und weil Leute werden sonst, werden sonst zu mir gekommen und sagen, hä, guck mal, Vic, äh, Vic macht hier das und das. Was hältst du denn davon? Du wohnst ja auf Madeira und so. Deswegen habe ich schon am Anfang gesagt, hey, das ist meine klare Position dazu. Ich sage seit Monaten zu allen meinen Zuschauern, kommt nicht her, stay at home. Ähm, ich sage Monaten zu allen Leuten, die hier hinkommen, das ist nicht so eine gute Idee. Ähm, ich habe den anderen Leuten, die hierher gekommen sind, gesagt, hey, das ist gerade nicht so eine gute Idee. Ähm, aber die haben es halt nicht so in die Öffentlichkeit gezogen. Und Vic hat das eben so gepostet. Und das war, es war so mehr als Scherz gemeint von ihnen, aber ich fand den Scherz einfach unpassend. Ist okay, so. Bis jetzt alles nichts Persönliches, oder? So, versteht ihr? So. Ähm. Dann hat Vic noch geschrieben, den Tweet gibt es jetzt leider nicht mehr, der hat Vic geschrieben, ähm, ja Simon, das ist doch, weil du persönliche Probleme hast, stelle dich nicht so an. So. Und da habe ich, und die anderen, bei den anderen hast du auch nichts öffentlich gesagt. Ja, die anderen haben auch nicht öffentlich auf Twitter gepostet. Wir sind jetzt in der schlimmsten Corona-Fahrung. Also es war auch vor, ähm, ähm, Entschuldigung, es war vor anderthalb Monaten auch nochmal eine andere Situation, ja. Wenn du das wirklich denkst, denkst du, die anderen sind vor ein bis zwei Monaten hergekommen, als die Situation komplett anders war, haben dort keine Wohnung besichtigt, sondern sind schon hergezogen. Die hatten, die Wohnungsbesichtung war schon vor Monaten, so. Und du handelst einfach egoistisch. Das ist halt, ne, das ist halt meine, meine Stellung dazu. Und das sage ich dir nicht, weil ich, weil wir vor Jahren mal Stress hatten, das habe ich dir privat geschrieben. Und da geht, das geht mir mal schon, weil diese Aktion ist ein No-Go. So, und dann wollen wir... Ja, genau, guck mal, es gab eine Sache vor Jahren zwischen Unge und Vic, ne. Also da ist etwas vorgefallen. Wirklich eine große Sache, ne, weshalb Unge, äh, auf Vic eigentlich nicht gut zu sprechen ist. So, also der Unge mag den Vic eigentlich auch gar nicht. Aber natürlich ist es jetzt nicht meine Sache, über diese Sache, die dort vorgefallen ist, zu sprechen. So, ich halte mich dort raus, ich weiß, was vorgefallen ist, ich kann Unge voll verstehen, warum er Vic nicht mag und deshalb kann ich auch den Seitenhieb verstehen. Guck mal, das ist wiederum slow. Der Unge hat gewartet, bis der Vic irgendwann einen falschen Moment macht. Und überleg mal, es war 2015, dass die sich gestritten haben. So, und sechs Jahre später kam die Retourkutsche, äh, von, äh, Unge wieder zu Vic. Ich wurde noch öfters halt gefragt, äh, Blue klärt das privat, so. Und die Sache ist, es ist ja gar nichts zwischen uns, was privat geklärt werden muss. Das ist auch so eine Sache, die ich immer sehr, sehr schade finde. Also da, ne, ist immer sehr, sehr wichtig, dass man auch harmonie, ähm, harmoniebedürftig ist und dass man sagt, hey, nicht, dass da Streit entsteht. Aber das hat nichts mit einer Differenz zwischen uns beiden zu tun, sondern das ist eine ganz, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist gerade eine globale Pandemie und, ähm, das hat nichts mit Privatklären zu tun, ja. Da habe ich dann auch gefragt, soll man Corona privat klären? Vic schreibt öffentlich, dass er in einer kritischen Phase einer Pandemie Wohnungen besichtigt. Ich antworte darauf öffentlich, da ich mich von diesem Verhalten distanziere und klarstellen möchte, dass ich es nicht gut heiße. Es gibt keinen Beef. Boom. Fertig. So. Und, äh, da gab es noch ein paar Sachen, wo ich noch drauf eingehen möchte, wenn ich das jetzt finde. Ah, ich finde es jetzt gerade, glaube ich, nicht auf die Schnelle. Ich glaube jetzt nicht, aber es gab so ein paar Kommentare, wo ich noch drauf eingehen möchte, die so, da haben so Leute zum Beispiel geschrieben, äh, jo, Unge, du kannst doch Vic für dich verbieten herzukommen. Habe ich auch nie geschrieben, ne. Ich habe nie gesagt, Vic, du darfst nicht herkommen oder so. Ähm, ich habe nur lediglich gesagt, ich finde das kein gutes Zeichen nach außen. Okay. Das alles ist ja erstmal nichts Persönliches. Das alles ist in erster Linie einfach, ähm, eine Kritik an seinem öffentlichen Auftreten mit Corona. Fertig. Ähm, Vic hat das auf sich persönlich bezogen. Ist auch schön und gut. Aber dann hat Vic noch gestern einen Stream gemacht. Wie ich schon erwähnt, ähm, hat Vic gestern halt einen Stream gemacht und in diesem Stream sagt er... Ich glaube jetzt kommt der wichtige Punkt. Ja. Jo, ich habe meine Musik aus, ich mache nochmal Musik an. Bisschen entspannter. In dem Stream sagt er, ähm, jo, wir hatten vor dem und dem, äh, der und der Zeit hatten wir mal, äh, Stress und deswegen, ja, Simon, äh, Simon hat was gegen mich und bla 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 und so. Und er hat auch Sachen erzählt über mich, die so nicht stimmen und seine Zuschauer natürlich im Chat gestern, oh, das hätte ich nicht von oben gedacht, oh Gott, das hätte ich nicht von oben gedacht. Und deswegen muss ich jetzt einmal ganz klar, ähm, meine Sichtweise darauf klären, okay? Okay, so, erst mal, ähm, ich habe gegen Vic Persönliches, wo ich dann irgendwie sage, ich wünsche ihm was Schlechtes oder so, absolut nicht. Ich wünsche ihm das Beste, also ich wünsche jedem das Beste, wenn Vic hier glücklich auf Madeira wird, dann soll er hier hinziehen. Ich finde diese Insel wunderschön und ich denke, das ist eine gute Entscheidung von Vic, ähm, hier hinzuziehen, weil er ist einfach eine tolle, äh, eine tolle... Man merkt in seinem Augen, er hat überhaupt gar keinen Bock auf Vic. Er hat keinen Bock auf ihn. Tolle Insel ist, ein tolles Land ist, hier sind tolle Menschen und es ist sehr schön hier. Also ich kann nur eben, der die Möglichkeit hat, dazu raten, probiert es mal aus. Und deswegen kann ich da Vic auch voll und ganz verstehen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir mal Stress hatten. Aber jetzt kommt folgendes. Viele sagen dann, hey, wäre es nicht eine sinnvolle Idee, ähm, wenn ihr euch untereinander mal, ähm, bequatscht und euch trefft und so. Und jetzt erzähle ich euch kurz diese Storyline. Die hat Vic jetzt dann im Stream auch erzählt, aber... Guck mal, die Leute ziehen auf Madeira aufgrund der Steuern. Du zahlst im ersten Jahr 0% Steuern. 0%! Du weißt, was 0% ist, ne? Du musst dir vorstellen, ein Unge, nehmen wir mal an, er macht im Jahr 2 Millionen, ne? In Deutschland würde er 1 Million an Steuern abgeben. So. Auf Madeira würden ihm die kompletten 2 Millionen im ersten Jahr zustehen. Also 1 Million Euro, die du dir in die Tasche tun darfst und kannst. So. Und danach zahlst du maximal 20% Steuern. In Portugal, glaube ich, allgemein oder auf Madeira, ich weiß es nicht. Natürlich ziehst du dann dahin. Dort hast du Sonne. Dort hast du Menschen, die normal im Kopf sind, ne? Normaler als hier in Deutschland. Dort hast du Ruhe. Dort hast du das Meer. Was willst du mehr? Der war schlecht. Wicke und ich hatten das erste Mal richtig, richtig krassen Stress oder eine richtig krasse Meinungsverschiedenheit im Jahre 2015. Wir haben es bis jetzt sehr, sehr wachsen gehalten und haben es komplett aus dem Internet rausgehalten. Ich möchte auch nicht erzählen, worum es da ging. Also Wicke hat es auch nicht erzählt, das muss ich ihm zugute heißen. Ich werde es auch nicht erzählen. Wicke hat sich allerdings ein paar Jahre später für das ganze Thema entschuldigt. Also Wicke hat sich entschuldigt. Und zwar war es letztes Jahr, als er auf Madeira war, wo auch die andere Gruppe da war, wo Jan sein Tattoo bekommen hat und so. Da war Wicke auch da. Da hat er sich entschuldigt, hat er gesagt, hey Simon, also hat er mich persönlich angesprochen. Wir waren da in dieser Villa, wo Jan und so drin gewohnt haben. Hat er mich persönlich angesprochen und hat gesagt, hey Simon, sorry für das, was damals so war. Und so habe ich gesagt, hey, finde ich cool, dass du mir das so sagst. Das ist eine mutige Entscheidung. Und damit war das erst mal abgehakt. Ich habe allerdings nicht irgendwie gesagt, cool, durch die Entschuldigung ist jetzt alles, was passiert ist in der Vergangenheit, wieder gut gemacht worden. Nein. Ich habe gesagt, cool, dass du dich entschuldigst. Aber für mich ist die Vergangenheit dadurch nicht ungeschehen gemacht worden. Okay? Also das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, cool, dass du dich entschuldigst. Wir haben noch Smash gezockt mit Wicke, mit den anderen Leuten und so. Ja, guck mal, das ist auch so eine Sache, ne? Eine Frage an euch. Stellt euch vor, ihr reist irgendwo hin, ne? Wo jemand ist. Also es war ja klar, die sind alle zu Unge gereist. So, und Wicke ist mitgeflogen. Aber du weißt, dass du zu einer Person gehst, die dich nicht mag oder mit der du Streit hattest. Würdet ihr das erst vorher klären? Oder erst vor Ort? Also ich würde mir richtig dumm vorkommen. Und, äh, ich weiß nicht. Ich hätte, ich wäre mir zu stolz, einfach irgendwo hinzufliegen, wo ich eigentlich unerwünscht bin. Deshalb verstehe ich nicht, warum der da hinfliegt und ihn dann da drauf anspricht. Dann, ey, ey, ich kann euch erzählen, wie das war. Dann haben die so Smash gezockt und, äh, Wicke hat bestimmt so versucht, so ein bisschen so cool zu sein mit Unge. Dieses so reingeschleime und so, wisst ihr? Weil die Sache ist einfach, jeder, der auf die Insel fliegt, äh, schleimt sich bei ihm ein. Also wirklich jeder, glaub ich. Ausnahmslos. Ich, ich war der Einzige, der ihn auf den Boden geschmissen hat. Ich hab ihn geschlagen einfach, bei sich zu Hause. Einen Millionen schweren Typen. Der hat 50 Millionen oder so auf dem Konto. Er verdient mehr als Fußballer. Er hat mehr Geld als Bundesligaspieler, Leute. Guck mal, ich sag euch eine Sache über Unge, ne? Der ist privat, übertrieben, wirklich ein richtig korrekter Mensch, ne? So, im Internet gibt er sich anders, Business, ne? Also würde ich wissen, wenn ich ein Unge wäre im Internet und ich würde das Geld machen, direkt, ich würde jeden verkaufen. Ich denke mir so, hey, ähm, ich hab jetzt keinen Hass gegen diesen Menschen. Deswegen kann ich auch einfach mit ihm normal, äh, ja, kann ich normal mit ihm, ähm, ja, Zeit verbringen, whatever. Also jetzt, wenn es in der Situation ist, wo... Guck mal, Leute, noch etwas, ne, was witzig ist. Knubbel. Sein Hund Knubbel. Knubbel hat ein besseres Leben als, äh, hier. Ey, ich weiß noch einmal ganz genau. Wir standen so, äh, an der Einfahrt. Ich hab den irgendwie auf den Boden geschmissen. Einfach so auf der Straße, glaub ich. Und danach bin ich so weggelaufen, hab so gelacht und so und er ist weggelaufen. Und danach musste ich mich bei ihm entschuldigen gehen, weil wir Angst hatten, dass er uns nicht weiter umsonst irgendwo wohnen lässt. Wir hatten Angst, dass er uns am nächsten Tag kein Essen ausgibt. Wo eine ganze Gruppe dabei ist, bin ich nicht derjenige, der sagt, oh nee, wenn Vic dabei ist, dann mach ich aber, dann mach ich aber da, äh, irgendwie, äh, Stress oder so. What the fact? Nee. Also mir ist das egal, ich bin ein relativ harmoniebedürftiger Mensch und diese, ähm, unnötigen Barrieren, die sehe ich nicht ein. Auch wenn ich mit Vic Meinungsverschiedenheiten habe und auch wenn ich mit Vic in der Vergangenheit Probleme hatte, heißt dann nicht, dass ich dann Vic jetzt, äh, dass ich dann, wenn die anderen da sind, dass ich dann nicht mit den Leuten Smash zocke. Und wenn Vic mit mir Smash zocke, dann zocke ich halt mit Vic Smash fertig. Da hab ich mich ehrlich entschuldigt und hab ich gesagt, hab ich nicht cool. So, ähm, davor ist allerdings was anderes passiert noch. Das hab ich, ich hab jetzt gerade nicht die, ähm, richtige Zeitlinie erzählt. Ähm, es ist erst so gewesen, wir hatten halt Streit 2015. Natürlich, Bruder, hab ich mich bei ihm entschuldigt. Ey, umsonst wohnen, umsonst essen und mit Unge chillen dürfen. Wisst ihr, was für ein heftiges, äh, Ding, Gefühl das ist? Das wisst ihr schon, ähm, das zieht sich über eine längere Zeit. Weil dann irgendwann im Jahre, pff, schieß mich tot, ich weiß es nicht, 2000, ich bin nicht so gut mit Jahren. Auf jeden Fall sagen wir 2017, 2018, ich denke so 2018, ähm, vielleicht, vielleicht auch 2019, 2018. Da war Vic bei uns in Hamburg zu Besuch. Ich bin ganz schlecht, was, was Daten angeht, ja. Ähm, das heißt, obwohl es wirklich, also, ähm, mit Vic die, die private Auseinandersetzung, die war wirklich nicht schön. Also wirklich, ich hab, es war sehr, sehr, sehr lange, ähm, sehr traurig und es hat mich einfach, hat mich einfach sehr betroffen, so wie das Ganze gelaufen ist. Aber ich hab's, wie gesagt, ich und er haben, haben es in die Öffentlichkeit gezogen. Ich fand's einfach alles nicht so schön, wie's gelaufen ist und ich hab mich von Vic nicht gut behandelt gefühlt. Ähm, dann, 2018 oder in... Da ist Unge im Recht, also, äh, ich denke, die Sache bleibt auch hoffentlich privat, aber der Unge ist da definitiv im Recht mit der Sache, was passiert ist. Und dem Dreh, kann auch 2019 gewesen, kann auch 2017 gewesen, haben wir Vic nach Hamburg eingeladen, ähm, weil er wohnte da in der Nähe, also seine, seine Mama und seine Familie wohnen, wohnt da in der Nähe. Und da, wo wir gewohnt haben und da haben, hat, haben wir gesagt, ja, komm doch vorbei und so und dann stehen wir zusammen. Und dann dachte ich so, okay, wir, ähm, klären das Thema langsam, so, also wir kommen langsam dazu, dass das Thema, das Thema vielleicht, vielleicht alles nicht mehr so schlimm ist, ne. Das ist natürlich eine Zeit, also es sind wirklich nicht so schöne Dinge passiert und das ist eine Zeit, das dauert natürlich erstmal eine lange Zeit, bis man das erstmal wieder alles, ähm, akzeptieren kann. So, dann dachte ich, okay, hey, vielleicht, vielleicht kann man das Ganze auf den Tisch, äh, kehren, vielleicht kann ich Vic irgendwie verzeihen für das, was passiert ist, so. Okay, ähm, Vic war bei uns zu Hause, es war alles cool und ich dachte so, okay, cool, das ist auch nochmal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und ein bisschen später dann, so 2019, ähm, hat Vic dann, äh, mit so Freunden, ähm, WhatsApp oder so, oder Discord, ich weiß nicht, ähm, über mich halt gelästert, ne. Also, er hat so in seinem Stream gesagt, er hat so Späßchen über mich gemacht, hat so einen Post von mir da reingepostet, hat dann darunter irgendwie so eine Scheiße geschrieben und für ihn war es nur so ein bisschen Späßchen, ne. Und, äh, für mich war es aber ein Stich so in den Rücken, weil nach allem, was passiert ist, hab ich Vic zu mir nach Hause eingeladen, hab mit Vic, äh, gechillt und dann kam sowas, ne. Also, das war für mich dann so jetzt das Zeichen, hey, okay, ich, ich kann einer Person auf jeden Fall verzeihen. Ekelhafte Aktion, echt nicht gut, ne. Zahlen einmal, aber dann, wenn nochmal dann, äh, sowas kommt, dann muss das nicht sein. Also, da hab ich, ab dem Punkt, hab ich für mich eigentlich beschlossen, okay, uncool, ähm, ich möchte, ich glaube, für meinen, für meinen Seelenfrieden, für meine, für mein Leben möchte ich mit Vic nichts mehr zu tun haben, ne. Das ist schon ein gut, Vic ist bestimmt ein lieber Kerl, nur mit mir war es halt einfach, hat es nicht gut funktioniert, ne. Also, Vic und ich haben einfach, haben es zusammen nicht gut harmoniert und dann nochmal sowas fand ich nicht cool. Und dass er dann über mich abgelästert hat, nachdem eigentlich alles geklärt war. Ähm, für ihn war es kein Ablässern, er hat so gesagt, ja, er hat nur Späßchen darüber gemacht und das zeigt ja auch, dass er darüber hinweg ist. Dass er darüber hinweg ist, über das Ganze, weil er da kann Späßchen drüber machen. Ja, aber ich war halt nicht dabei und es waren Späßchen auf meine Kosten und, ähm, letztendlich war es halt über mich lästern. Ob man es jetzt so nennt, Späßchen machen oder lästern, das ist mir letztendlich auch egal. Es ist ja auch letztendlich egal, ich möchte auch überhaupt nicht mit Vic Krieg oder irgendwas, das ist auch alles kein Beef, ne. Ich möchte einfach nur klarstellen, warum ich mit Vic nichts zu tun haben möchte. Und das ist der Punkt, warum ich in Zukunft, ähm, ab jetzt auf gar keinen Fall mehr irgendwas mit Vic zu tun haben möchte. Ja. Ähm, es sind in der Vergangenheit so viele Dinge passiert, die nicht cool waren. Wir müssen das bei Unge akzeptieren, ne. Wenn er das nicht möchte, möchte er das nicht. Und das Kapitel Vic ist in seinem Leben abgeschlossen. So, er wird, glaube ich, man muss schauen, was der Bürgermeister jetzt macht von Madeira, ne. Also, wenn er wirklich dem Wunsch, äh, nachkommt von, äh, Unge, dann wird Vic, glaube ich, niemals auf Madeira leben dürfen. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Das ist halt, das ist halt der Punkt, so, das ist meine, meine Sichtweise auf das Ganze, ähm, da, jetzt fragen sich natürlich viele, oh, was denn da passiert, ne. Klar gibt es jetzt sehr viele neugierige Leute, da sind auch, da sind auch andere Personen mit involviert, deswegen möchte ich darüber öffentlich nicht reden. Einfach aus Respekt den anderen Personen auch gegenüber. Ähm, Vic hat da auch nicht öffentlich drüber geredet, was da genau passiert ist. Also, er hat halt mit seinen Freunden darüber gelästert, so, und darüber gelacht, über mich. Aber öffentlich hat er das nicht drüber geredet, das, das rechne ich ihm positiv an, ähm, und ich möchte auch nicht darüber reden, was da genau passiert ist. Einfach aus Respekt den anderen betroffenen Personen gegenüber. Es sind noch ein paar Leute mit involviert. So. Okay. Und das ist alles. So, und ich hab mich dann dazu entschieden, gestern hab ich gedacht, okay, hey, wenn ich nicht mal mehr, ähm, ne Kritik in der, wenn ich nicht mal ne Kritik ausüben darf, dass ich sage, hey, ich finde, das ist eine, keine gute Vorbildfunktion, wenn es daraus direkt ein Beef gibt, ähm, hab ich mich entschieden, hey, ich, ähm, möchte erstmal mit Vic nichts mehr zu tun haben, oder, ich möchte eigentlich mit Vic gar nichts mehr zu tun haben, so. Ob der jetzt hier hinzieht oder nicht, das ist völlig in Ordnung, weil die Insel ist riesengroß, viel, viel größer, als die meisten Leute sich vorstellen können. Wenn Vic in Köln wohnt, und ich wohne in Köln, ist ja auch kein Problem, weil die Stadt ist riesengroß, man trifft sich vielleicht mal, man läuft über den Weg, aber es ist auch kein, ich werde ihn jetzt nicht, äh, ich werde ihn jetzt nicht, äh, äh, Todesblick geben, wenn ich ihn sehe, und er wird mich auch nicht boxt, wenn er mich sieht, so wie, das ist... Nein, Schlägerei, eins gegen eins, würde Unge gewinnen, das schon. Ich denke, wir sind erwachsen genug, dass, dass wir das, äh, dass es für uns cool ist, aber ich möchte mit ihm einfach nichts als Mensch zu tun haben. Und das ist auch völlig in Ordnung, das kann man ja akzeptieren. Ich hab mich dann dazu entschieden, ihn auf Twitter zu blocken, damit ich in Zukunft auch nichts mehr von ihm lese, ich möchte auch mit ihm einfach nichts mehr zu tun haben. Und, das ist die ganze Geschichte, ähm, möchte einfach nicht noch häufiger gebacksteppt werden, so privat alles, ähm, geschrieben, und jetzt, das halt war, war halt einfach... Okay, okay, sollen wir uns, sollen wir uns noch die Antwort von Vic anschauen? Wir schauen uns das mal an, was der Vic dazu zu sagen hat. Wir geben jedem die Chance, sich zu äußern. Neulich hab ich ja ein Video hochgeladen, da ging es so ein bisschen um meinen, in Anführungsstrichen, Twitter-Shitstorm. Unge war natürlich auch irgendwo Teil dieser Geschichte, aber ich dachte mir, mh, ist das ja so schlau, ihn da zu erwähnen? Aber natürlich hab ich, als die Sache super aktuell war, nochmal so einen Real-Talk-Stream gemacht, ich glaub um vier morgens oder so. Rückblickend muss ich reflektieren, das war auf jeden Fall ein bisschen impulsiv, aber ich hab mich einfach super unverbehandelt gefühlt. Warum, werde ich euch noch erklären. Und natürlich war mir klar, dass die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Simon darauf antworten wird. Das ist ja auch sein gutes Recht, solange er sachlich und konstruktiv ist. Und schlussendlich war er es ja auch, also ich hab das Video schon gesehen, er hat nämlich eins hochgeladen und zwar trägt das den Titel Klarstellung zum Beef, also Beef in Anführungsstrichen, weil er das nicht als Beef betrachtet. Und ich persönlich sehe das auch nicht wirklich als Beef, trotzdem finde ich das in so einer Situation einfach immer wichtig, beide Seiten zu kennen. Weil natürlich kommen jetzt Menschen und greifen mich an, obwohl sie meinen Standpunkt nicht kennen. Das will ich jetzt aber auch Simon nicht vorwerfen, weil er kann das nicht kontrollieren. Ich werde das so machen, ich werde jetzt auf das Video nochmal reagieren und mir die Punkte raussuchen, wo ich der Meinung bin, ist es wichtig, dazu nochmal was zu sagen. Deswegen legen wir jetzt einfach mal los, was ist Unges Sicht zum Ganzen? Leider ist das Ganze in die Öffentlichkeit gezogen worden. Ja, aber jetzt schauen wir uns eine Reaction in der Reaction in der Reaction. Kann ich den Unmut über dessen Inhalt schon nachvollziehen? Hab ich ja auch in meinem letzten Video gesagt. Ich hab mir den Stream runtergeladen und hab mir ihn gespeichert. Er ist heute seine Sichtweise nicht und er kennt meine Sichtweise nicht. Und in meinem Kopf war ich damals sozusagen das Opfer, also ich bin der Meinung, mir wurde Unrecht getan und ich fand es immer ein bisschen schade, dass Simon sich nie dafür entschuldigt hat, was er mir in Anführungsstrichen angetan hat. Andererseits hab ich ihm zwei Jahre später dafür verziehen, also ich bin jetzt kein krass nachtragender Mensch. Was ich aber mega interessant finde, also wie gesagt, ich hab mir das Video mal privat angeguckt. Offenbar sieht er sich auch als Opfer dem Unrecht getan wurde und keine Ahnung, daran merkt man einfach... Okay, 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 da müssen wir kurz Stopp machen. Und zwar, wie kann das sein, dass Unge den Vic zu sich eingeladen hat, obwohl er das Opfer der ganzen Sache war und dachte danach ist wieder alles gut mit Vic und Vic jetzt auch sagt, er wäre angeblich das Opfer gewesen. Merkt ihr, einer von beiden lügt, einer von beiden lügt. Ich hab mich einfach mega gefreut, dass es doch geklappt hat, also dass wir unsere Pläne nicht verändern müssen, dass die Wohnungsbesichtigung stattfindet. Vier Tage vor dem Abflug hat Tui gestrichen, deswegen hab ich Lufthansa genommen, bin doch geflogen, wenn auch alleine. Und dieses F des System bezog sich darauf, dass Tui mich sozusagen nicht aufhalten konnte. Also es ist nicht mehr wirklich deep, ich stand auf dieser Terrasse, ich hab zum Meer geblickt und irgendwie überkam mich einfach die Freude. I'm so sorry. Aber es hat nichts mit Corona zu tun und ich hab nicht mehr an Corona gedacht, als ich das eingezippt habe, so. Ich hätte einfach besser drüber nachdenken sollen. Ah, jetzt, 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 jetzt lügt er ganz klar. Er hat geschrieben, fuck the system. So, darauf will er, äh, darauf hinaus, wegen Corona. Fick das System, ne? Es ist ja klar. Oder was denkt ihr? Wenn jemand ein Bild postet mit fuck the system und auf Madeira ist, was will er damit sagen? Da muss man schon zu sein, wird es stehen. Ich wäre ein Mensch, ich würde dazu stehen, ne? F the system sind natürlich nicht die Maßnahmensysteme und die Pandemie-Regelungen gedacht. What the fuck? Ich meine, ich hab dich ein ganz Jahr lang dafür ausgesprochen und gegen Corona-Leugner, so. Als ob ich jetzt um 180 Grad meine Meinung verändere. Nein, das tue ich nicht. Ey, bitte, bitte, bitte. Es ist doch klar, dass man sich gegen Corona-Leugner ausspricht. Wie dumm wäre es in der Öffentlichkeit zu sagen, äh, ich sehe Corona als Lüge. Ey, damit schießt er euch ins Abseits. Ins Abseits. So, ihr macht euer Leben damit kaputt, wenn ihr das sagt. Und das ist jetzt Schwachsinn. Du kannst ja sagen, du findest die Maßnahmen von Corona nicht so okay. Du siehst das Ganze anders. Du kannst dich irgendwie anders ausdrücken. So, aber jetzt nimmt er dieses Extreme, ne? Das ist, das ist, das ist, da, 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 da. Aber wie gesagt, war dumm von mir. verstehe ich, übernehme die Verantwortung. Aber auch hier muss ich nochmal erwähnen, an sich irgendwo hinzufliegen, natürlich nur im Rahmen der Regeln und Bedingungen, weil man eine Wohnungsbesichtigung hat, da man demnächst auswandert, finde ich grundsätzlich nicht unmoralisch. Und ihr müsst meine Meinung natürlich nicht teilen, aber... Da hat er auch recht, ne? Wenn ich wegziehen will und wirklich wegziehen will, sagen wir, ich weiß jetzt nicht, was er hat, ne? Nehmen wir mal an, einer hat starke Depressionen, irgendeinen YouTuber und er will weg und er hat eine Wohnungsbesichtigung bekommen während der Corona-Zeit. Ey, es ist doch nicht schlimm. Dann flieg weg, fertig, so. Es ist ja, es macht dir ja keiner einen Vorwurf. Ähm, jo, wir hatten vor dem und dem, äh, der und der Zeit hatten wir mal, äh, Stress und deswegen, ja, Simon, äh, Simon hat was gegen mich. Da muss ich aber ein bisschen eingrätschen, also es war nicht so, dass ich den Stream gestartet habe und gesagt habe, by the way, Leute, ihr wusstet das nicht, aber damals hatten wir Beef und bla bla bla. Ich musste es erwähnen, um wiederum etwas anderes zu erklären, damit Menschen meinen Standpunkt verstehen. Da gehe ich aber gleich ein bisschen näher drauf ein. Ich weiß, ihr sagt das immer wieder, aber trust me. Ich habe gegen Vic nichts Persönliches, wo ich dann irgendwie sage, ich wünsche ihm was Schlechtes oder so, absolut nicht. Ich wünsche ihm das Beste. Also ich finde das ja schön, dass er das sagt, aber auf der anderen Seite blockiert er mich nach der Diskussion, obwohl ich nicht beleidigt habe oder was auch immer. Wenn es nur darum ginge, dass er meine Tweets nicht mehr seht. Ja, aber er kann dich doch blockieren, also du kannst doch nicht einen Menschen dazu zwingen. Ich kann ja auch jemandem alles Gute wünschen, aber ich möchte Abstand, ich möchte Entfernung, ich möchte nicht, dass du mir schreiben kannst, ich möchte gar nichts mit dir zu tun haben. Joa, also ich habe das so in Erinnerung, dass ich auf ihn zugegangen bin und ich war des Todes aufgeregt, weil wir haben einfach eine blöde Vergangenheit, das ist einfach so. Und so wie ich das in Erinnerung habe, hat er schon gesagt, ey, alles cool, alles cool und danach noch, ich finde das cool, dass du damit auf mich zugekommen bist und dann haben wir 5 Stunden Straight Smash miteinander gezockt. Ich fand es einfach schön, dass wir die Sache damit irgendwo abgeschlossen haben und ich dachte, es wäre alles in Ordnung. Ey, ist euch mal was aufgefallen? Und das ist eine Sache, die ich gar nicht verstehe. Auf der Insel waren so viele Menschen, die nur Stress und Mist gebracht haben. Jetzt mal auf ernst. Was ist das? Warum hängen Leute miteinander ab, wenn man sich nicht mag? Vor allem YouTube ist doch ein Business, da musst du noch nicht einmal mit anderen cool sein, um was zu erreichen. Und die Leute, die da waren, sind sowieso alles Leute, die haufenweise Geld haben, sagen wir es mal so. Warum geht man dann lutschen? Das verstehe ich nicht. Also mit lutschen meine ich einschleimen. Ja, es geht ums Geld, aber die haben alle schon genug Geld. Also ich habe nicht mehr genau in Erinnerung, was genau beredet wurde und wie die Wortwahl war, weil es auch schon wieder lange her ist. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass Simon irgendwas in seinem Stream gesagt hat, was so ein bisschen im Widerspruch stand zu dem, was er mir 2015 in Anführungsstrichen angetan hat. Und ich habe mich dann im WhatsApp unter engen Freunden darüber lustig gemacht. Also da will ich auch gar nichts verheimlichten, das war so. Und ich weiß noch, einer wusste nicht, worum es geht, deswegen hat er mich gefragt, was ich eigentlich meine. Und ich habe ihm das so ein bisschen näher erzählt, also meine Wahrheit. Und aus irgendeinem Grund ist er dann zu Simon gegangen, hat ihm das erzählt, hat Screenshots gemacht. Er wollte wahrscheinlich einfach wissen, ob das stimmt. Und ich dachte mir so, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Wir sind hier unter engen Freunden, das ist nicht für die Außenwelt bestimmt. Da muss man wissen, wem man traut, Leute, ne? Also enge Freunde, guck mal, ihr hört ja schon, ne? Enge Freunde, also Menschen, die er persönlich von Angesicht zu Angesicht kennt, denen hat er etwas anvertraut und es wurde weitererzählt. So. Und da gibt es wiederum Menschen, die noch nicht einmal eng miteinander befreundet sind und sich gegenseitig auch Sachen anvertrauen. Was glaubt ihr, was dann da passiert? Zum Beispiel YouTuber, ne? Ich habe jetzt ein Beispiel. YouTuber, die sich eigentlich gar nicht gut kennen, einmal getroffen haben und dann fangen die an zu lästern und Sachen zu erzählen und sonst irgendetwas. Sich irgendwelche Sachen zuzuschicken. Zum Beispiel ein YouTuber schickt über den anderen YouTuber Screenshots und das kommt dann wiederum raus, weil es sind ja keine Freunde. Du kannst ja nicht erwarten, dass du nach einmal sehen, jemand dein Freund ist. Deshalb. Die Verantwortung entziehen oder so. Also ich habe erkannt, dass es falsch ist. Ich habe reflektiert. Und das war der Grund, warum ich mich bei Simon entschuldigen wollte, als ich das letzte Mal auf Madeira war. Weil das war wirklich nicht cool von mir. Also ich kann logischerweise verstehen, dass er Scheiße fand. Und ich habe daraus gelernt. Wie gesagt, für mich kam es sehr stark so rüber, als hätte er die Entschuldigung angehört. Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn du doch das Opfer bist der ganzen Sache und Simon der Täter und du dich als Opfer über eine Täter-Sache lustig machst und dich danach hinterher entschuldigen gehst, wo ist da der Sinn? Also kann mir jemand gerade folgen? Wenn Opfer und mache mich als Opfer über eine Sache lustig, die der Täter über mich sagt. Dann ist aber der Täter wiederum verletzt über mich als Opfer. Aber ich gehe wiederum zum Täter und entschuldige mich ein zweites Mal bei ihm. Angenommen. Als wäre danach alles in Ordnung gewesen. Wir haben dort noch viel Smash miteinander gespielt, auch privat. Wir waren unterwegs. Wir haben bei Humble Rumble mitgemacht. Und er hat bis vor kurzem noch auf meine Videos reagiert. Ich glaube, das letzte Video, wo er darauf reagiert hat, war das mit der OP. Das war ja erst kürzlich. Und all das, all diese Sachen geben mir das Gefühl, es ist alles in Ordnung zwischen uns. Also wie sollte man auch nicht so denken. Ja und irgendwann habe ich Simon privat angeschrieben und ich meinte so, Hey Simon, ich ziehe ja auch nach Madeira. Hast du zufälligerweise die Nummer von dieser einen Kontaktperson? Auf einmal bekomme ich eine richtig lange Nachricht zurück, wo es darum geht, dass er nichts mit mir zu tun haben will. Und es geht halt darum, dass er nichts mit Menschen zu tun haben will, die hinter seinem Rücken lästern. Und ich war so, what the fuck, was geht jetzt ab? Ja, die Nummer habe ich nicht bekommen. Und ich war des Todes verwirrt, weil ich dachte, es ist ja alles okay zwischen uns. Zumindest hat er mir das so bis dato gezeigt. Wusste er erst einmal nicht, was ich darauf antworten soll. Ich dachte mir, vielleicht denkt er, ich ziehe nach Madeira, um mit ihm irgendwie befreundet zu sein, um ihm irgendwie näher zu kommen. Aber darum geht es mir ja nicht. Ja und deswegen habe ich das nochmal klargestellt. Aber offensichtlich geht es um die Sache von damals mit der WhatsApp-Gruppe, was ich da reingeschrieben habe. Und ich war so, war das nicht schon vor einem Jahr geklärt? Also hat er nicht meine Entschuldigung angenommen? Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Er sagte, die Entschuldigung auf Madeira fand er sehr lasch von mir. Also die Sache ist, ich kann verstehen, warum das vielleicht so rüberkam. Wahrscheinlich, weil ich nicht so viel gesagt habe, da ich des Todes aufgeregt war. Wir haben eine krasse Vergangenheit, Simon und ich. Ich dachte, es wäre das Beste, das Erwachsen zu handeln. Und deswegen habe ich gesagt, ich respektiere das. Und ich respektiere das ja auch. Aber ich habe nicht verstanden, warum jetzt und warum überhaupt. Weil es ist nicht so, als hätten wir davor irgendwie wirklich Kontakt gehabt. Also es war immer oberflächlich zwischen uns. Und dabei, also diese positive Neutralität, dabei hätte man das auch einfach belassen können. Auch wenn ich auf dieser Insel lebe. Simon, du sagst, du willst keine unnötigen Barrieren zwischen uns. Aber damit baust du doch wieder unnötige Barrieren auf, die eigentlich nicht sein müssten. Also es war doch vorher auch alles okay. Ist es jetzt wirklich nur, weil ich auf dieser Insel ziehe, so ich raff es nicht. Einen Tag später hat er einen Stream gemacht, das habe ich zufällig gesehen. Wo er so etwas in die Richtung gesagt hat, wie. Ja, die Leute, die schon auf der Insel sind, mit denen bin ich cool. Die habe ich gerne hier. Aber ich habe so ein bisschen Angst davor, dass auch Leute auf die Insel kommen, mit denen ich nicht so cool bin. Und ich bin ja auch irgendwo auf die Insel gezogen, um von diesen Leuten wegzukommen. Also das hat Simon gesagt. Und ich dachte mir so, uff. Also das hat schon ein bisschen gehittet. Ja, ja, guck mal, das heißt doch schon was. Aber ich kann es ja verstehen. Ich wäre auch so ein Mensch. Nehmen wir mal an. Er ist aufgeregter als ich, wenn er mit Unger redet sogar. Nehmen wir mal an. Ich ziehe nach Malaysia. Ne? Weil ich einfach von allen Menschen wegkommen möchte. Wirklich allen, allen Menschen. So. Und dann ziehen plötzlich auch Menschen dahin, die ich keinen Bock habe. Es ist doch klar, dass man sich dann abfuckt. Du baust dir ein Leben auf. Das Land gehört nicht dir. Aber du kannst frei äußern, dass du einfach keinen Bock auf diese Menschen hast. Die haben eine starke... Ich glaube, der Vic hat eine starke Aura für Unge. So wie bei Hunter x Hunter. Er hat eine... Sein Nen. Sein Nen ist sehr stark. Ich bin mir sicher, dass er mich meint. Oder zumindest auch mich. Aber ich finde, wenn er mir aus dem Weg gehen möchte. Und das sagt Simon ja auch in seinem Video selbst. Dann kann er das in Funchal easy tun. Das ist hier eine Großstadt. Wie er gesagt hat, das war in Köln auch kein Problem. Deswegen habe ich das Problem nicht verstanden. Und es geht mir überhaupt nicht darum, dass er an sich keinen Kontakt mehr haben möchte. Weil das ist vollkommen in Ordnung. Er hat seine Leute. Ich habe meine Leute. Aber meine Meinung... Ich bin Vic-Fan. Aber wenn Unge nichts mit ihm zu tun haben soll, soll er es einfach lassen. Ich denke nicht, warum alle nach Madeira gehen und nicht zu einer anderen Insel. Ja. Guck mal, wenn du komplett Europa schaust, ne? Ist Madeira schon so das beste Ziel. Es gibt noch Malta. Aber Malta mit Steuern etc. ist schon komplizierter als Madeira. Und auf Madeira hast du wirklich komplett andere Steuervorteile. Du hast Malta. Du hast noch Zypern. Zypern ist aber nicht ein 100% sicheres Land. Da sie ja immer noch mit der Türkei im... Wie heißt das? Das heißt im Krieg sind. Aber schon in einer Auseinandersetzung. Nachdem wurden wieder Barrieren aufgebaut, die eigentlich nicht hätten sein müssen. Man hätte einfach alles so belassen können, wie es vorher war. Wir hatten auch davor kaum Kontakt miteinander. Und wenn, dann war alles in Ordnung. Vielleicht ist es bei ihm auch so ein bisschen Angst, dass ich irgendwas wiederholen könnte von damals, weil wir ja so eine krasse Vergangenheit haben. Aber es ist halt Jahre her. Ich war damals ein komplett anderer Mensch. Und ich denke auch, dass Simon sich in manchen Hinsichten verändert hat. Also zumindest kann ich mir das vorstellen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt... Also ich sage nicht, dass es so ist, aber so kam es auf jeden Fall rüber. Als hätte man mir irgendwie etwas vorgemacht seit einem Jahr mit der Freundlichkeit zu mir. Und jetzt, wo ich nach Madeira ziehe, hat man sozusagen keine andere Wahl, als real zu sein. Aber warum nicht von Anfang an real sein? Also es hätte man einfach anders machen müssen. Ich dachte mir, ich ziehe auf die Insel, werde trotzdem nicht viel mit Simon zu tun haben, weil in Köln war das auch nicht so. Warum sollte es jetzt anders sein? Aber wenn man sich mal über den Weg läuft oder sich wegen anderen Leuten trifft, dann ist man einfach ganz normal neutral nett zueinander. Wie gesagt, mehr wollte ich nicht. Aber diese Situation macht schon wieder alles unangenehm und keine Ahnung, es hätte einfach nicht sein müssen, so ist... Ich finde es einfach schade. Simon hat da nochmal eine eigene Sichtweise zu. Ich respektiere sie auch, aber ich hoffe trotzdem, ihr könnt meine Sicht verstehen. Wenn ich ihm mal über den Weg laufen soll, dann werde ich trotzdem nett sein, weil nach wie vor ich habe nichts gegen ihn. Aber ich fühle mich trotzdem unfair behandelt von ihm. Und jetzt kommen wir nochmal zu der aktuellsten Situation. Mit all diesem Hintergrundwissen und die Tatsache, wie er mir die Kritik geäußert hat, weiß ich einfach, dass da auch was Emotionales hinter steckt. Also er kann ja auch weiter behaupten, dass es nicht der Fall ist, aber ich finde das schon sehr, sehr schwer zu glauben. Schon sass. Also er hat mich danach ja auch blockiert. So, ihr kennt jetzt meinen Standpunkt. Ich habe keinen Grund zu lügen und für mich ist das auch kein Beef. Ich wollte einfach nur nochmal erläutern, wie ich das Ganze erlebt habe. Also ich will halt immer zwischenmenschlichen Dramen aus dem Weg gehen, aber trotzdem finde ich das wichtig, immer beide Seiten zu kennen. Und die Sache zwischen Simon und mir ist kein Kindergarten-YouTube-Beef. Das ist ein riesiger Rabbit Hole, der sechs Jahre zurückliegt. Aber ich wünsche ihm natürlich trotzdem auch alles Gute. Also ich finde vieles, was er macht sehr richtig. Ich finde vieles, was er sagt, richtig. Und nochmal auch bei mir, bitte geht nicht zu ihm rüber und beleidigt ihn und so. Ihr könnt eure Meinung haben, aber versucht sachlich zu bleiben. Bitte, 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 bitte. Puh, okay. Das Thema ist für mich jetzt auch vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, also zu dem, wo er sagt, dass er sich verändert hat jetzt mittlerweile. Ah, ich weiß nicht. Also er hat 2019 sich nochmal über ihn lustig gemacht. Aber natürlich, man ändert sich auch mit der Zeit. Und es kann auch gut sein, dass er das Ganze jetzt mittlerweile bereut. Aber ich verstehe es nicht. Er sieht sich als Opfer, aber entschuldigt sich bei Simon. Und das ist das, was ich komisch finde. Wenn sich doch Simon auch als Täter sehen würde, dann würde er sich doch auch bei ihm entschuldigen wollen. Oder er hätte sich entschuldigt. Versteht ihr, was ich meine? Also ich blick da nicht durch. Ich denke schon, dass in der Sache der Wig der Schuldige ist. In dem Streit. Der halt vorgefallen ist. Ich bin. Ich bin.